Willkommen zurück zu Cry of Fear. Beim letzten Mal haben wir unseren Weg hier in so komische Miedenschächte, Höhlen, was auch immer hier gefunden. Haben hier bei so'n schönen, netten Typen hier einfach mal, ne? Schrotflitte gefunden, haben wir eingesammelt, haben das Messer feingelassen, damit wir hier ein Feuerzeug mitnehmen können. Und mit dem Feuerzeug wiederum werde ich die Welterschaft an mich reißen. Nein, ne? Feuer und ich, ne? Wir passen wie Eier auf Apfel. Und von daher, das wird schon. Ich hab keine Ahnung. Aber wir haben halt so ne Öllache, also ich behaupte einfach mal, ist ne Öllache, gesehen, die ich dann irgendwie entzünden kann, die dann wiederum eine Tür dann entblockt, mit der wir dann vielleicht irgendwie, warte, ob das klappt, ich hab keine Ahnung. Aber ich bilde es mir jetzt einfach mal ein. Einbildung ist auch ne Bildung. Ernsthaft? Ach, ach du Scheiße! Ja, man kann's auch übertreiben. Warte, 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 warte. Ähm... Equip! Hallo! Ich bin in die Ecke gedrängt! Drogen! Brauchen Drogen! Damit hab ich eh nicht gerechnet. Bin ich ja ganz ehrlich. Das waren definitiv so viele, das hätte ich mit dem Schlagstock nicht so schön machen können. Nicht so, dass ich das hätte überleben können. Gut, gehen wir mal hier rein. Hier ist noch immer niemand. Dann müssen wir das jetzt wahrscheinlich einmal... ...gleich benutzen. Nicht äh... ...equipen. Okay. Das ist tatsächlich sowas wie Öl. Und dann brennt jetzt bis dahinten hier irgendwie so ein Seil oder sowas da weg. Was auch immer da jetzt genau war. Ich hab keine Ahnung. Aber wir können dann jetzt hier in die Tür. Wo da so ein Schlüssel liegt. Und der Schlüssel meine ich... Ich weiß schon, wofür der gut ist. Die Tür haben wir schon gesehen, dass da eine abgeschlossen ist. Sonst ist hier auch wirklich mal wieder nix, ne? Nix! Einfach nix! Nix! Ja, diese Tür hier. Ich würde gerne erstmal eben wieder irgendwo abspeichern. So, da was glaubt. Ja, komm. Ähm, use the key! Joa, ist okay. Joa, Schlagstock funktioniert. Da kann ich auch speichern. Und es will mir auch niemand jetzt an die Kehle, weil ich speichern will. Das ist nett. Das ist wirklich sehr nett. Muss man ja doch sagen. The door is locked. Natürlich ist die Tor... äh... Die Tor. Hey! What the fuck are you doing? I'm not here again. Wait! Oh shit! Was denn da? The Kio is talking now? Ähm... 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 Equip! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Lade nach! Lade schneller nach! Das war nicht so effektiv. Das auch nicht. Ja... Ah oikein. Ähm... Hallo? Ähm... Ähm... Oh ne, ich muss da dran drehen. Ah, okay. Ich glaube, ich muss da dran drehen. Hallo? Lass mich mal weg! Ich komm hier nicht weg! Hallo? Hallo? Ich komm hier nicht weg, ich hänge fest. Kann auch nicht ducken, gar nichts. Das interessiert sich auch eher wenig. Find ich toll. Muss ich ja doch sagen, find ich toll. Kann ich da hier so ein bisschen... Ob ich eintreschen und es bringt irgendwie nix? Das ist gut. Das find ich toll. Kann man machen. Kann ich dir irgendwie den Schläger aushalten? Auch nicht. Was kann ich hier eigentlich? Also ich hänge hier diffusiv gerade fest. Gut. Äh, laden wir mal neu. Äh... War ja zwei Meter davor. Jetzt machen wir auch Munition, weil ich jetzt schon weiß, was ich zu tun hab. Äh, können aber halt dennoch halt die anlegen. Und laden einmal nach. So. So. Hallo? Nom 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 tea. Yay. So. Dann... Einfach mal hier ein bisschen rumdrehen. Irgendwann wird das schon. Ob das wirklich was wird, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, weil ich glaube, die setzen sich hier immer wieder zurück. Das tun sie tatsächlich. Ähm... Kann ich dich irgendwie so aufhalten, dass du dich erstmal im Moment nicht bewegst? Das wär eigentlich ganz gut. Dann kann ich da nämlich tatsächlich an irgendwas rumdrehen. Ja, super. Ähm... Daneben. 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 Da kommt die Keule. Pauer charging at barrier. Get somewhere safe. Ja super. Ah, okay. Und das... Das ärgert ihn dann tatsächlich so ein bisschen. Okay. Ist halt doof, weil ich ihn nicht sehen kann. Wenn ich ihn sehen würde, wäre das alles ganz anders. Hat jetzt aber nicht so ganz funktioniert, ne? So, und? Reicht das? Oh, okay. Gott sei Dank ist es sehr nass. Ich werde etwas großem brauchen, um die Kette zu kümmern. Wie war jetzt meine Kettensäge? Gehen wir mal hier durch die Tür. Wir locken die Tür, natürlich. Kann ich bitte erst mal speichern? Das wäre eigentlich ganz gut. Das wäre eigentlich voll die Idee. Und dann können wir mal gucken, ob das dann immer noch eine gute Idee ist. So, erstmal speichern. So viel Zeit muss sein. Hey, gespeichert. So, dann gehen wir nochmal durch. Und dann suchen wir uns mal was Großes, mit dem wir ihn aufschneiden können. Ähm, machen wir übrigens hier auch nochmal zack, mit dem. War jetzt immer besser. Waschrumpflinte hat irgendwie so überhaupt und gar nichts gebracht. Und ich habe alles jetzt verwurschtelt. Das ist eigentlich kacke. Oh. Mich wundert, dass jetzt hier keine Gegner um die Ecke warten. Das wundert mich echt. Wahrscheinlich hier. Auch nicht. Manchmal ist das Spiel nicht berechenbar. Unlogisch. Hm. Oh. You got the sword. Gut. Dann können wir mit der... Aber wahrscheinlich kommen sie jetzt, ne? Natürlich kommen sie jetzt. Schrei nicht rum. Was sollen die Nachbarn von dir denken? Hallo. 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 Okay. So. Dicker Fettwarnstier. Nutze die Säge. Stieg der zum Glück gar nicht. You got to was the key. Das klingt aber schnell. Also ich hätte wahrscheinlich noch ein bisschen länger gesucht. Also gut. Gehen wir jetzt hier durch. Unlock the door am Arsch. Gut. Falsche Tür. Dann müssen wir durch die andere Tür da hinten, ne? Dann können wir vollzahlbar nochmal speichern. War alles besser. Dann gehen wir hier durch diese Tür. You unlock the door. Oh cool. Dann kann ich hier nochmal speichern. Ist ja cool. Okay. Hier gibt's auch nochmal ne Spritze. Da gibt's ne Lampe. Hier gibt's Stromausfall. So ein bisschen. Freaks. Freaks. Was zum Hangkappen? Ich will da durch. Ich will da durch. Ich will doch nur da durch. Hallo? Okay. Hier ist nix. Will ich hier nochmal speichern? Ich kann hier nochmal speichern. Okay. Do you like this? Nein. What do you think? Nein. You don't know anything. Nein. If you just could understand. Nein. I never wanted this. Nein. I tell you nein. Nein. I just want you to die. Just die. I just want you to die. Wow. 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 Oh Gott. Ich hätte mich vorheilen sollen. Okay. God. You will die. Sehr schönes Speicherpunkt. Das muss man ja doch sagen. You will die. Einfach so. Als Dingens. So. Dann halten wir uns mal. Und dann machen wir den ganzen Spaß nochmal. Äh. Zack. Mit dem. Hey. Oh mein Gott. Ah. Ah. Alma? Kann nicht. Und dann dazu die Psycho-Horror-Musik hier. Gut. Mit Olohut. Kommt. Ich will da durch. So. Vielleicht sollten wir auch die Spritze einfach die ganze Zeit hier aushälen. Damit wir uns zwischendurch nochmal heilen können. Aber jetzt rennt es egal. Ich renne einfach durch. 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 Hallo. Immer dieses Grabsche-Hende hier. Ja, wenn mich jemand begrabscht, tut mir das auch immer weh. Immer. Nein, du nimmst Drogen. Ich brauche etwas Hilfe bekommen, oder nur meinen Weg nach Hause zu finden. Ich frage mich, wer der schuldige Doktor ist. Ich muss etwas haben. Er hat eine Gasmaske und ich bin nicht. Chapter 3. Die Stadt ist nicht sicher. Nicht nur die Stadt. Kann ich irgendwo speichern? Ich frage ja nur. Speichern. Oh, es ist düster. Ich sehe die Leiter vor den Augen gar nicht. Jetzt. Okay. Kann ich auch nicht speichern. Ah, die Musik im Hintergrund ist okay. Das Gitarre gedudelt. Da kann ich speichern. Kommt hier irgendwas? Nein, gut. Dann will ich jetzt speichern. Warte. Warte noch irgendwas. Da ist noch eine Dingens. Die nehmen wir mit. Sonst liegt hier nichts weiter Tolles. Dann speichern ich jetzt wie gesagt ab. Mache dann tatsächlich eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Quai auf 4. Bis dahin. Viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Tschüss.